Wir haben schon eine lange Tradition und ich glaube, dass auch die Ausbildung in Deutschland von den jungen Mädchen schon sehr, sehr gut ist und dass da auch sehr akribisch gearbeitet wird und wir auch, was jetzt in Europa angeht, schon früh erkannt haben, dass es Richtung Professionalisierung gehen muss und die Vereine immer weiter professionalisiert werden. Wenn ich zum Beispiel überlege, als ich 2008 angefangen habe in Wolfsburg, welche Bedingungen wir damals vorgefunden haben und wie wir jetzt arbeiten, das hat sich enorm entwickelt. Und ich denke, das ist dann auch die logische Konsequenz, dass wenn man sich immer weiter professionalisiert und die Ausbildung verbessert und die Rahmenbedingungen verbessert, dass dann solche Ergebnisse rauskommen. Nein, absolut nicht. Es ist so, dass wir zwar in diesem Jahr auch noch wieder Deutscher Meister werden können, wir stehen ganz gut da in der Tabelle, sind im Viertelfinale in der Champions League, da treffen wir auf Barcelona und wir können auch dieses Jahr wieder sehr erfolgreich das Jahr abschließen. Aber einen Triple zu wiederholen, ich glaube, das wird so schnell keiner deutschen Mannschaft gelingen, weil da muss wirklich alles passen und es sind wirklich besondere Momente, gerade, dass man in der Regel, wenn man dann in der Meisterschaft spielt und dann die englischen Wochen hat, dass dann immer irgendwo die Konzentration auf der Strecke bleibt, dass man vielleicht dann doch mal einen schlechten Tag hat und das reicht bei der Dichte in der Bundesliga, dass man dann vielleicht nicht Deutscher Meister wird oder im Pokal ausscheidet. Von daher ist ein Triple etwas Außergewöhnliches und ich denke, es wird lange keiner deutschen Mannschaft gelingen, das zu erreichen. Dass der Verein uns und speziell mir die Möglichkeit gegeben hat, nicht nur als Trainer, sondern auch als sportlicher Leiter wirklich alle Fäden in der Hand zu halten und dass man kontinuierlich aufgebaut hat, ohne diesen Druck jetzt wirklich direkt nächstes Jahr erfolgreich zu sein. Wir haben jedes Jahr einen Schritt nach vorne gemacht, es gab auch Rückschläge, aber wir konnten wirklich kontinuierlich aufbauen und das Entscheidende ist im Mannschaftssport, dass man diese Zeit auch bekommt, dass man auch sich eine Mannschaft zusammenstellen kann, Spieler entwickeln kann und vor allen Dingen auch, dass man bei den Neuverpflichtungen immer wieder darauf achten kann, dass die richtigen Charaktere dabei sind, dass ein Teamgeist ja zustande kommt. Denn ohne diese mannschaftliche Geschlossenheit, ohne diesen Teamgeist sind keine Erfolge im Mannschaftssport zu erreichen. Das ist ein sehr positives Zeichen. Bei Lena Gößling war es so, dass wir davon ausgehen können, oder so, dass sie vielleicht 2015 nach der nächsten Weltmeisterschaft wirklich vielleicht nochmal ins Ausland geht und was Neues macht. Aber sie hat von Anfang an gesagt, wenn sie in Deutschland bleibt, dann bleibt sie in Wolfsburg. Und das ist für uns ein ganz tolles Zeichen. Und wir haben schon viele Leistungsträger, haben schon längerfristige Verträge und mit den drei, die jetzt noch verlängert haben, sind wir sehr gut aufgestellt. Unser Mindestziel in der Saison 2014 ist, dass wir uns mindestens für die Champions League wiederqualifizieren. Das heißt, der zweite Platz muss es auf jeden Fall sein, denn auch der VW Wolfsburg baut ein neues Stadion für die U23 der Männer und für uns Frauen ein kleines Schmuckkästchen und da wollen wir uns natürlich dann in der nächsten Saison unbedingt auch bei der Champions League präsentieren. Untertitelung des ZDF, 2020